Herzlich willkommen zum großen Element Tasting. Ich habe mir heute den Mino eingeladen und den René aka The Who eingeladen. Kurzes Recap für alle, die Element noch nicht kennen. Element ist ein neuer Dark Blend, der jetzt auf den deutschen Markt gekommen ist. Der wird von BMW nach Deutschland geholt. Drei verschiedene Lines. Air ist purer Virginia. Das heißt auch alle, die nicht gerne viel Dark Blend rauchen oder nicht viel Nikotin haben wollen, können wahrscheinlich mit der R-Line happy werden. Dann gibt es die Waterline. Die ist genau zwischen den beiden. Das ist also so ein mittleres Ding. Es ist zwar schon ein Burly, also schon ein Dark Blend, soll aber für einen Dark Blend noch relativ leicht sein. Also tendenziell, gucken wir uns heute natürlich noch an, aber wahrscheinlich so eine Art Einsteiger-Dark Blend. Und dann gibt es noch als stärkste Line in Deutschland die Earthline. Das ist dann ebenfalls auch Burly, also ein Dark Blend, der auch ordentlich stark ist. So, nächstes Köpfchen ist fertig. Der Mino hat sich gebaut den Sahara Desert in der Element Relic Bowl. Wunderbar. Kaktusfeige. Und ich muss sagen, von dem, was ich jetzt bisher geraucht habe, angenehm zu rauchen, nicht zu stark. Und ich weiß nicht, er hat für mich so eine süß und säuerlich gleichzeitig. Es ist relativ weird, aber relativ geil. Kommt ja bei einer Kaktusfeige auch eigentlich hin, oder? Ja, mir persönlich gefällt er sehr gut. Den würde ich auch öfter mal rauchen. Das linkt mich jetzt ab von meinem. Die ist eine Kaktusfeige, ja. Mit ein bisschen Frische hinten raus. Ist aber auch eine natürliche Kaktusfeige. Also jetzt nicht Kaktus in deinem Gesicht von der Intensivität her, finde ich. Aber weil es halt eine natürliche ist. Ich finde es jetzt nicht künstlich aufgeputscht. Ich finde es eine gute Kaktusfeige eigentlich. Aber nicht die intensivste. Hätte ich mir einen Tick. Also vielleicht haben wir auch zu tief gebaut. Da kann man jetzt natürlich auch mal sagen. Oder noch zu früh probiert. Oder noch zu früh probiert. Aber der Grundding finde ich in Ordnung, weil es eine natürliche Kaktusfeige ist. Mit einer angenehmen Frische hinten raus ist jetzt kein Menthol-Klatsch-Frische, sondern es ist eine Frische. Wenn er noch ein bisschen intensiver wird, geht er sicherlich in den Mix rein. Wenn er nicht intensiver wird, kann er schnell im Mix untergehen. Also ich finde ihn ein Killer. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Er ist ja auch gut. Ja, ich steige ja nur ein. Ich kann ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber anfangen will ich mit. Ich finde ihn ziemlich geil. Ist ein richtig fruchtig. Also er ist so spritzig und frisch. Und das finde ich geil bei dem. Wie René gesagt hat, das ist nicht so eine Menthol-Bombe in die Fresse, sodass du richtig diese Kühle schmeckst. Aber du spürst so ein bisschen, dass da was Kaltes noch mit dabei ist. Und das finde ich richtig nice getroffen. Also die kühle Note finde ich nahezu perfekt. Im Vergleich zu dem alten Eiskaktus, also vor TPD. Eiskaktus hat ja ein kleines bisschen gelitten unter TPD, finde ich von Holster. Finde ich den geiler als den jetzigen. Aber der vor TPD war deutlich intensiver. Jetzt haben wir hier aber einen richtig geilen, eine richtig geile Kaktusfeige auf Dark Blend. Und ich finde ihn absolut geil. Also da fallen mir jetzt direkt Mixes ein, die ich gerne ausprobieren würde. Wie ist der mit Repair? Wie ist der mit Bapai Dinner? Wie ist der mit Kiwi Smoothie und Co.? Also ich glaube, mit dem kann man richtig viel anfangen und ich finde den sau nice.